Musik 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 Loading level, also ich bin schon weiter als sonst Musik 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 das da jetzt passiert ist, aber anscheinend hat es das gebracht, weil jetzt starten wir das Spiel gerade. Ich bin im Ladenbildschirm. Bisher bin ich nicht rausgekommen. Ich finde es nur ganz nett, wenn der Ladenbildschirm nicht so lange dauern würde. Aber das ist beim ersten Mal laden ja immer so. Ja. Wenn ich zum Beispiel rein geht es. Ah, weil ich No-Scope geschossen habe. Come on guys. No one's on me. Ist du ein Verteidiger? Ja, leider. Ich wurde auf der Autobahn. Ja, da haben wir verloren. Haltet das verdammte Haus. Von dem Haus hier können wir perfekt B verteidigen. Ich bin beeindruckt. Niemand nimmt sich den Heli. Bist du bei uns? Ah, ist halt weg. Jetzt habe ich den genommen. Squat. Oh shit, meine Einstellung. Und ich habe da schon ein Feuerlöscher. Oh shit, ich bin ein Feuerlöscher. Ich bin ein Feuerlöscher. Und ich bin ein Feuerlöscher. ICH bin ein Feuerlöscher. Und ich habe keine Flières. drin stellen weil das fliegen war gerade echt schwer bis zu Kommst du noch mal in den Foxport jetzt? Ja, ich muss greifen erstmal hier, äh, alles möglich machen. Oh ja. Ja, ich spottet ein enemy soldier, over. Ah, fuck, Leute, wie kommen die denn schon aufs Spot? Ich hab gesagt, ihr solltet dieses verdammte Haus halten. Ja, Schade ist set, würde ich sagen. Und dann ist das halt unser Helium gemacht. Keine Ahnung. Ja, haben wir hier. Wieso spawn ich denn immer hier? Oh, ne, ne, ne. Wird da kein Teamkirch. Naja. Wer hier nicht schon trauen? Ah, ne, nein, nein. Oh, Leute, wenn ich weg ist, naja, du bist nice. Köh, köh. Ah, und dann kommt die Jing. Wir brauchen nur einen kompetenten Sniper, der da perfekt aufs Bot guckt. Ich hab mich selbst umgebracht. Und mich beinahe. Nice. Nice. Ja, Teamate versucht er denselben zu erwerben. Wie erst wenn du mich jetzt rierst? Und sie haben ein Jeep auf Spot Plus. Ah, geiler Jeepster. Gut, dass die Person die entschärft nicht in Deckung gelassen wird. Nein. Die Arme gleich wieder auf der anderen Seite. Ach, nun direkt vor dir, links zu seiner. Genau. Ja. Ich weiß nicht ob nur 18 Prozent. Ich warte jetzt. Oh, die haben schon wieder unseren Heli. Ja, danke. Okay. Was ist die jetzt? tsch einer hat rausgejumpt, der hat mich in der Luft gefeigt ja, und ich hab den Typen kaputt für dich gemacht äh, den Heli Scheiße, jetzt sind wir wieder ne ganz der Typen, der den Heli steuert, ne, der ist so ein bisschen pilipallit äh, jedes Mal, wenn der anvisiert wird nach einer gewissen Zeit löst der einfach aus klairst und dann darf halt noch nicht schießen ja, und ich warte halt einfach jedes Mal ähm, bis es soweit ist, wie ich schießen kann wenn ihr seine Flas raus habt dann... schieke ich halt ich bin so scheiße, ich steh hinter den feindlichen Rhein, könnt alle ganz in Ruhe abmetzeln, was mach ich? ja, in Panik, versuch mit einfach so Bild drauf zu sprayen haben wir's, den Pius wieder? oh, Hilfe bei Fahrzeugzerstörung 72 70 nice na, jetzt werde ich wieder revivet und bin sofort wieder tot zum dritten Mal in Folge jetzt werde ich wieder revivet jetzt werde ich wieder revivet jetzt werde ich weg gesnipet wieder revivet wieder revivet fuck hat man spielt jemand im bogen ha Ombar zwei Leute mit Raketen herfahren ich habe das mitbekommen und entferne die und toll wie ich bin noch einer tot Gut, da ist noch ein Snyder mit Nylke. Man merkt, so langsam arbeite ich mich wieder rein. Boah, ich hasse es, wenn ich will gegen die Sonne spielen. Okay, wir haben die Hügel wieder. Ja, so einigermaßen. Wieso habe ich keine Granaten mehr? Wieso habe ich keine Granaten mehr? Oh, sie haben es geschafft. Ja. Na, 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 na... wieder mal habe ich mir nicht die Zeit gelassen um sie zu töten, sondern habe da drauf gesprayt 99,21 Ersteckst du gerade? Ersteckst du hier gerade? Oh, oh das nenne ich Sturzflug Fahrzeug zerstört, Gegner eliminiert, nice Ah, perfekt, das hier ist der schwerste Spot, ne Es ist ein schwerer, aber nicht der schwerste Spot Ich gehe auf meine Standardposition, hier oben Ich gehe auf meine Standardposition Ich gehe auf meine Standardposition Oh, da hat mich wer weggebombt, irgend so ein Crazer-Arky, der Erste Ich habe mich gerade mit seinem scheiß Granatwerfer weggehauen Gebt der mir ein Headdy Leute, das kommt ein bisschen blöd werden, weil danach kommen die Panzer Ich gehe auf meine Standardposition Ich gehe auf meine Standardposition Ich gehe auf meine Standardposition Das kannst du keine Helis finden Ja, ich weiß, aber ich bin halt bisher noch nicht tot, ne Wir gehen Geköp Kuss Geköp Kuss Wir machen likely eine viertel Stunde wieder ... Mann an uns Jetzt ist es wichtig die Panzer sichern. Leute, bei B ist ein Panzer. Anschau, ich grüße Sie. Alex, du bist doch unser Anti-Panzer-Typ. Das ist ein Panzer-Typ. 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 Das ist ein perfektes Spot. Das ist ein Panzer-Typ. Das ist ein Panzer-Typ. Das ist ein Panzer-Typ. Wie bist du da verreckt? Kreuzfeuer von der linken Seite. Und ich hab nur noch ne G-Aktien, Mann. Foto-Ammo? Nice, ich hab ihn ausgestellt mit der G-Aktien. Eigentlich ist da der Panzer, deswegen kann ich mir sein Setup jetzt nicht holen. Ja, oh shit. Ja, ey Leute, warum wir überheften ihr, wenn beide draufgehen? Nein. Wir haben wieder ein Heli. Komm, wir haben auch genug Panzer. Wir haben zwei verdammte Panzer. Oh, ich weiß auch, wer jetzt nicht rauskommt. Ja, ich hab ihn ausgestellt. Ja, das ist ein Heli. Wie geht's mit dem Heli? Ich muss hier kurz wieder auf Abitier aufsteigen, und dann ist es so. das ist die ja gegen eliminiert fahrzeug ja dann die übrigen Gut, fahr mal in Richtungswort. Ja, äh. Da kommst du, glaube ich, nicht durch. Da, ja, schau dir. Da ist noch einer gewesen, rechts von uns. Hör mal auf, die ganze Zeit da drauf zu schießen. Das sieht man nix mehr. Oh, shit. Na, ich bin leckes mit Bord. Ja, und da war das Mord. Ja, wir haben verloren. Lol, dieser scheiß Spaß, ne? Hat sich einer oben in den Turm reingeglitscht. Man sieht nur seine Waffe. Okay. Ja, wir haben verloren. Weißt du, wie viele Leute gerade auf Spot sind? Ach, sauberen Headshot kassiert, Spawn-Killer. Dann siehst du jetzt auch welchen Sniper, ich meine, ne? Hat der Typ, der ist Sniper schon die ganze Zeit so hart. Oh, leider verloren, aber trotzdem eine ganz schöne Runde Rush. Wir hatten halt ein ganz schön inkompetentes Team, muss man sagen, weil die konnten keinen zwei Sekunden den Spot halten. Und ich muss sagen, bei den ersten beiden Dingern, ja, hatten die Gegner noch zwei Tickets. Ja, und sie haben es geschafft, in der Zeit beide zu armen. Ich hab schon mal, äh, gesehen, dass, es war auf dem letzten Spot, die Angreifer hatten noch ein einziges Ticket, haben die letzte Bombe gearmt, hatten danach null Tickets, aber haben halt nicht verloren, weil... Ja, ja, weil die Bombe noch gearmt war. Und dann ist die Bombe noch explodiert. Mit null Tickets. Hm, kenn ich, hatte ich auch schon. Um,iges Mal. Um,iges Mal. Um 6. Um. Um 7. Untertitelung des ZDF, 2020